Ja, für jeden ein Begriff, das Hotel Sacher. Hier geht's zur Sache. Dieser Wahlspruch, möchte ich sagen, Wahlspruch, um in ein Hotel zu gehen, natürlich veraltet. Was gibt's zu sagen zu dem Hotel? Seit sechs Jahren, eines der Top-Hotels, geführt unter den Design-Hotels Euro. Berühmt natürlich für seinen Kuchen aus Blätterteig. Okay, ich würde mal sagen, ich schmeiß heute mal runter und kaufe einfach mal ein Stück Sacher-Torte, so dass wir alle mal kosten können. Was heißt es denn eigentlich, ein Original-Hotels zu sein und zu wissen, wie die Sacher-Torte schmeckt? Komm mal rein. Falsche Tür. Nein, es geht natürlich eine Tür weiter. Oh, okay. Das wird wählen, Herr Akte. Nein, es geht natürlich nicht. Nein, es geht natürlich nicht. Nein, es geht natürlich nicht.